96 am Wörthersee Guten Morgen und herzlich willkommen hier von unserem Trainingsgelände in Felden. Unsere Jungs absolvieren heute einen Parcours in einer Biathlon-Form in sechs verschiedenen Mannschaften, ehe es dann heute Mittag zum Wildwasser-Rafting geht. Das heißt, es wird nass und es geht ordentlich zur Sache und ihr habt einen Einblick, viel Spaß dabei. Hallo? Oh, hier! Hallo? Danke! Liegen endlich Löschen? Ja, das ist doch! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020